Hallo, mein Name ist Günter Weiermann, ich bin Verkäufer bei der Schultersprojektentwicklung und wenn wir uns da mal umschauen, hier entsteht was ganz Besonderes. Hier in der Großreiter Straße im Nürnberger Norden entstehen insgesamt 42 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen. Durch Wärmepumpe und PV-Anlage sowie die nachhaltige Bauweise in der Effizienz aus Stufe 40 sind sie nahezu unabhängig von Öl und Gas. Also das ganz Besondere ist vor allem die einzigartige Lage, direkt am Marienbergpark mit unzähligen Wanderer-Möglichkeiten, Spaziermöglichkeiten, Radfahrmöglichkeiten und vielen, vielen mehr. In allen Wohnräumen begrüßt sie hochwertiges Echtholzparkett in warmen Naturtönen mit integrierter Fußbodenhalzern, elektrischerer Läden, eine Markenküche und das Modane Wohlfühlbad. Also, worauf warten Sie noch? Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.